Musik 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 Hat jemand Steine? Ich hab Steine Errot Hoffentlich kommt er Ich glaube er kotzt Ich könnte es wetten Digger Nee er springt Ok er steintritt Lass mal die Bomben mal stehen Würde ich sagen Wo man aufsteht Guck mal das sieht wieder aus Sieht so ey Haken Aber weil noch ne So geht das Spiel Und nimmt ein Trotz dran Rüber Oh Nice Alter Das hat ihm noch Dafür Dafür hat aber hier auch nur was abgekriegt Oh ja kommt da kommt da kommt da kommt Pass 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 Sehr gut sehr gut Leute Bei mir hat am Anfang gar nicht die Ausdauer gesaugt muss ich sagen Wie die Champs Wie die Champs Wie die Champs So krass So Digger Seid mir eure broken Du-Wheel-Skills Jungs Haut auf mich auf Das war schon Das war schon Wie die Champs Also da braucht man auf jeden Fall echt zu spielen Das ist nur tot Das ist nur tot DMS-Kill ist echt Das war mit 4 Jungs Zählt das schon als Tierquälerei Nein Nein Alter Das ist doch 2 Minuten 24 Ich glaube das war ganz gut Alter Da kann man so hochladen Speedrun Weil halt sagt Das war 30 Sekunden besser als der davor Ja aber das hat doch eigentlich alles so War nicht ganz gut Man kann vielleicht noch mal 15 Sekunden rausholen oder so Wer direkt sind 20 Wer direkt sind 20 Krass War ok ja Kann man lassen Kann man den Fingern schwitzen Kann man stehen lassen Wie die schwitzen Servus Dragus Komms direkt zum Schwitzen die Perfekt Ich geh jetzt jetzt mal Ich geh jetzt jetzt mal 2 Minuten 24 ey Das ist schon Ich sag doch Ich sag doch Ich hab den einen Tag mit Maché guten Shit kreiert Digger